Kommen wir noch mal zum Fokker DA1 und zwar zum Ground Handling, also Taxi fahren zur Startbahn vom Hangar aus und hier mal gezeigt, dass es jetzt so ein bisschen am Boden mit dem DA1 durch die Gegend gefahren und was ich euch empfehlen kann, ist wenn ihr da am Anfang Schwierigkeiten habt mit dem DA1 vernünftig zu fahren, dann macht einfach mal folgendes, ihr geht hin und setzt die Mischung runter, also ihr reduziert das Gemisch dann halt von dick auf dünn und zieht den Hebel nach hinten, das kann dann irgendwann zur Folge haben, dass die Maschine auch ausgeht, dass der Motor abstirbt, so wie hier, man hört das aber eigentlich ganz gut, dann fängt der so ein bisschen an zu ploppern, da sollte man dann so drauf achten, da ist der Hebel fürs Gemisch und beim Start ist es ja so, dass ich den Hebel ganz nach vorne stelle beim DA1 und starte dann den Motor und wenn der Motor gestartet ist, dann ziehe ich das Gemisch ein bisschen nach hinten wieder, damit der nicht abseuft, der Oberursel und mit dieser Mischung kann ich natürlich auch so ein bisschen variieren, dann in dem Moment, wo ich am Boden mit dem DA1 fahre, dass ich das Gemisch dann weiter nach hinten ziehe, dann zieht der Oberursel nicht so stark, also wenn es hier meine Tochter, die da gerade mit dem DA1 startet, das bin nicht ich, sie fliegt also, macht den Start so wie hier, dass es so ein bisschen am Anfang etwas weniger Gas gibt, ist jetzt nicht so meins, aber sie macht das lieber so und das klappt auch ganz gut bei ihr. Und wie gesagt, also ihr könnt mit der Mischung am Boden wirklich mal rumexperimentieren, dass ihr da das Gemisch etwas dünner stellt, dann damit der Oberursel nicht zu viel Power hat, dann in dem Moment, wenn der anzieht. Und was das Fahren auf dem Boden angeht, also klar, der DA1 ist natürlich sehr kippelig, wenn man so mit ihm durch die Gegend fährt, da ist er schon ein bisschen gewöhnungsbedürftiger als andere Maschinen jetzt hier in Rise of Flight, aber es geht auch richtig gut. Man muss sich halt mal daran gewöhnen, an halt eben dieses Kippelige von der Maschine, aber wenn man das so einmal verinnerlicht hat, dann funktioniert das eigentlich auch mit dem DA1 ganz gut und dann kann man ja auch mal so ein bisschen einfach mal versuchen, ja, ein bisschen spazieren zu fahren mit dem DA1, um das so ein bisschen zu lernen und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ich den am Boden vernünftig manövrieren kann. Wie gesagt, das ist bei den Umlaufmotoren, das ist immer so ein Ding für sich und gerade beim DA1 ist es nochmal ein bisschen extremer, eben weil der so hoch steht und auch der Schwerpunkt von der Maschine ein bisschen seltsam ist, aber es geht. Und wie gesagt, meine Empfehlung ist am Anfang, wenn das nicht ganz so gut klappen sollte mit dem DA1, versucht einfach mal mit der Mischung ein bisschen runter zu gehen, mit dem Gemisch, dann läuft der am Boden schon wesentlich besser. Ja, wollte ich mal gesagt haben zum DA1, das ist also auch am Boden ein bisschen speziell, das Vögelchen, aber ist machbar, ist alles in den Griff zu bekommen, wenn man so ein bisschen ausprobiert. Ja, und dann klappt das eigentlich auch einwandfrei und auch in der Luft natürlich ein top Ding, aber man muss halt ein bisschen mit dem DA1 muss man wirklich ein bisschen arbeiten, damit man den irgendwann dann richtig gut im Griff hat, aber dann ist er halt auch wirklich state of the art. Das kann man auch nicht anders sagen. Wirklich einer der interessantesten und schönsten Flugzeuge, die ich so in meinem Fuhrpark habe und den genieße ich doch sehr zu fliegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, in diesem Sinne, probiert es einfach aus, ist eigentlich nicht so schwer. Tschüss. Also, probiert es einfach aus. Bis zum nächsten Mal. Hey, ich weiß, ich bin da, weil du ihn so schwer. Ich weiß, ich weiß, ob es nicht so schwer.